Innovative Forschung, zukunftsweisende Entwicklungen und neuste Technologie, die nicht nur für diese Welt ist. All das findet sich nicht in großen pulsierenden Metropolen, sondern im Wissenschafts- und Technologiepark Hannover. Dieser Park ist insoweit etwas Besonderes, als dass wir als Stadt Hannover hier bestrebt sind, ausschließlich Wissenschafts- und Forschungslandschaft unterzubringen. Das ist uns bisher auch gelungen mit zurzeit sieben ansässigen Unternehmen. Wissenschafts- und Technologiepark ist wörtlich zu nehmen. Die Unternehmen liegen eingebettet in einem neu gestalteten Landschaftspark. Ja, das hat sich insofern ergeben, als wir hier über einen längeren Zeitraum eine Industriebrache hatten. Und wir erkannt haben, dass zunehmend bei der Ansiedlung von Unternehmen eben auch die weichen Standortfaktoren eine große Rolle spielen. Das heißt, das Umfeld muss entsprechend ausgestaltet sein und das hat sich hier in hervorragender Weise angeboten. Wie aufwendig die Arbeit der im Park ansässigen Unternehmen ist, kann man auf den ersten Blick nur erahnen. Hinter diesem unscheinbaren Gebäude verbirgt sich zum Beispiel eine hochmoderne Forschungseinrichtung. Das Laserzentrum Hannover. Also hinter dem Laserzentrum steht der Grundgedanke, Forschungsergebnisse und Innovationen, die aus dem universitären Umfeld entstehen, über das Laserzentrum schneller und effizienter in die Wirtschaft zu transferieren. Das heißt primär dafür zu sorgen, dass Innovationen, die entstehen, auch tatsächlich in praktische Anwendungen umgesetzt werden. Auf einer angegliederten Versuchsfläche werden an verschiedenen Stationen Laser auf ihre Genauigkeit und Einsatzmöglichkeiten getestet. Hier wurde unter anderem auch ein Prototyp entwickelt, der auf der nächsten Mars-Mission zum Einsatz kommen soll. Daneben bietet das Zentrum jungen Forschern die Möglichkeit, sich mit eigenen Ideen selbstständig zu machen. Wir versuchen das direkt im Haus anzuträgern. Das heißt, wir bieten den Startups zunächst die Möglichkeit, hier unter relativ guten Bedingungen erstmal ihr Geschäftsmodell auszuprobieren, ihre Investitionskosten gering zu halten und quasi in vertrauter Umgebung ihr Geschäftsmodell zu testen, bevor sie dann irgendwann das Laserzentrum verlassen und gerne dann im Technologiezentrum oder in der SIAC direkt in unserer Nähe sich erstmal niederlassen. Bereits 17 Ausgründungen sind aus dem Laserzentrum hervorgegangen. Viele dieser jungen Unternehmen sind innerhalb des Wissenschaftsparks angesiedelt. Um die Gründungsphase zu erleichtern, gibt es Hilfe aus dem Technologiezentrum von Hannover Impuls. Wir fokussieren uns ja hier auf die Branche Produktionstechnik und optische Technologien. Das ist zum einen von uns so gewollt, damit natürlich die Unternehmen hier zusammenarbeiten, damit Synergien entstehen. Wir haben das auch schon hier im Haus, weil das für unsere Arbeit als Wirtschaftsförderungsgesellschaft natürlich auch ein Anliegen ist, die Firmen, vor allem die kleinen Firmen, die Startup-Firmen mit großen, erfahrenen Unternehmen zusammenzubringen, sodass da Projektarbeit entstehen kann. Dass dieses Konzept aufgeht, zeigt das Unternehmen Alphalese. Wir haben jetzt schon mit Partnerfirmen auch Projekte zusammen aufgenommen. Wir arbeiten mit einigen Firmen eng zusammen und daher, das funktioniert auch sehr gut. In ihrer Werkstatt führen sie Lasersysteme vor und verkaufen sie. Das Geschäft läuft so gut, dass die Niederlassung bereits leer gekauft wurde. Demnächst wollen sie innerhalb des Zentrums weiter wachsen. Auch insgesamt ist das Interesse an mietbaren Räumlichkeiten im Technologiezentrum groß. Die Nachfrage ist sehr hoch, also zurzeit sind 94 Prozent unserer Flächen schon vermietet und wir führen sogar schon eine Warteliste. Der anliegende Sikan-Technologie-Park kann der hohen Nachfrage ebenfalls kaum mehr gerecht werden. Der große Bedarf an Flächen lässt sich anhand der Bedürfnisse der Unternehmen erklären. Viele Startups und kleinere Firmen im Bereich Produktionstechnik und optische Technologien können sich nicht in ein normales Bürogebäude einmieten. Für ihre Arbeit benötigen sie besondere Labore oder Werkstätten, in denen sie forschen und Produkte entwickeln können. Für uns als High-Test ist es zum einen notwendig, dass wir über klimatisierte Räumlichkeiten verfügen, wie diesen Rheinraum, den wir nutzen, um Bauteile-Tests durchzuführen. Und da bietet uns der Standort eben die Möglichkeiten, all diese Tests in einem Raum durchzuführen, der diesen Anforderungen gerecht wird, sodass die Bauteile während der Produktion oder während der Fehleranalyse keinen weiteren schädigenden Einflüssen unterworfen werden. Der Wissenschafts- und Technologie-Park ist ein eigener kleiner Hightech-Kosmos. Hier kann ein Unternehmen einen ganzen Lebenszyklus durchlaufen. Von der Entwicklung einer Idee hin zur Geburt eines Unternehmens, dessen passende Umgebung wachsen kann und schließlich die Möglichkeit bekommt, auf den noch freien Flächen im Park sich unabhängig zu machen. Die Umgebung bietet beste Voraussetzungen, neue Impulse in der Hightech-Szene von Hannover aus in die Welt zu schicken.